Hallo und herzlich Willkommen zu Open New Rise TV. Mein Name ist Marcello Renner. Heute will ich Ihnen präsentieren das Projekt Lovely Audrey. Das ist ein Projekt von Jan Siebert. Seine Idee dabei dazu war die Bilder in den 60er Jahressil reinzukommen und seine Vorlage dazu war der Film Frühstück bei Tiffany. Die Location dazu fangten wir in Heidelberg. Da gab es echt schöne Plätze dazu wo man das am besten umsetzen konnte und wie das so alles entstanden ist sehen Sie jetzt in einem danach folgenden Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.